Hallo und Salam Aleyküm, liebe Barlamassas, Freunde, und hallo und Salam Aleyküm auch an den Rest. Ich hoffe, es geht euch, dir gut soweit, Inschallah, und deiner Familie auch, euren Familien auch. Das ist das Wichtigste erstmal. Und ja, wir haben Sonntag, den 18.04.2021, kurz vor 4 Uhr, 10 vor 4. Und ja, Sonntagstalk Nummer 2, ja, oder, ja doch, es müsste Nummer 2 sein, ja. Wenn ich da falsch stiege, dann tut es mir leid, aber es müsste 2 sein, doch. Und ja, genau, reden wir einfach mal wieder über verschiedene Themen. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, so, habe jetzt kein konkretes Thema an sich, so, sage ich mal. Vielleicht redet man über mehrere Themen, ja. Gucken wir mal, manche Themen, die ergeben sich einfach aus den Gesprächen heraus, sage ich mal. Man redet über etwas und darauf kann man dann ein neues Thema aufbauen, sage ich mal, wenn du verstehst, was ich meine. Genau. Ja, erstmal, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass es dir gut geht, ja, dass deine Familie gut geht und dass du gesund bist soweit. Das ist das Wichtigste. Und solltest du nicht gesund sein, dann wünsche ich dir natürlich vom Herzen gute Besserung und schnelle Genesung. Ähm, genau. Ja, ähm, Sonntagstalk, worüber kann man reden, ja, äh, was kann man bereden. Und ein Thema, ähm, was ich ansprechen möchte, ist, ähm, ich habe ja gestern, ähm, ein Gedicht hochgeladen, was ich neu geschrieben habe, ja. Ja, ähm, erstmal danke für das positive Feedback, so. Und, ähm, ja, wenn du der türkischen Sprache mächtig bist und das Gedicht verstanden hast, ja, dann ging es da, äh, dann weißt du, dass es halt um eine Person ging, die ich mal kennengelernt habe im Jahr 2015. Und, ähm, genau, und da ist halt einiges passiert, so, und das habe ich dann dem Gedicht wiedergegeben. Äh, Teile davon hatte ich schon in einem anderen Text, gebe ich ehrlich zu, ja. Ja, Teile habe ich neu hinzugefügt, ähm, dann habe ich hier und da ein bisschen was geändert und so kam dann der Text zustande, ja. Genau, ich habe ja sehr viele Gedichte so geschrieben über Gott und die Welt, sage ich mal, über mein Leben, also was ich erlebt habe, so, ähm, aber weniger so über das Thema Liebe, sage ich mal. Und, ähm, das möchte ich jetzt halt, ähm, ja, äh, das würde ich dann halt mal wieder ein Gedicht so über das Thema Liebe machen quasi. Äh, da werden noch weitere Folgen, ich habe auch noch, äh, vier, fünf Texte, die ich angefangen habe zu schreiben, die ich noch nicht zu Ende geschrieben habe, ja. Äh, da muss ich mal gucken, ähm, dass ich die noch, äh, vervollständige zu Ende schreibe. Ist nicht immer so einfacher, weil, ähm, manchmal, da fallen dir an einem Tag die Hälfte des Textes ein, sozusagen, und dann dauert das wieder ein bisschen, bis hier die andere Hälfte des Textes einfällt, so. Ja, man muss ja auch gucken, dass das Geschriebene sich nicht zu sehr ähnelt, sage ich mal. Genau, und darauf versuche ich schon zu achten. Genau, ja, aber, ähm, um dann zurück auf das eigentliche Thema zu kommen, ähm, so das Thema Liebe, Stichwort Liebe, da hat ja jeder irgendwas erlebt, ja. Ja, äh, im positiven Sinne oder im negativen Sinne halt, äh, je nach D. Und, ähm, genau, und, äh, ja, ich habe ja in diesem Gedicht, was ich zuletzt geschrieben habe, äh, was ich dann gestern hochgeladen habe, ähm, ja, über die Person erzählt hat, was halt passiert ist, sie hat sich halt mit einem anderen verlobt und so. Und erst mal vorab, äh, möchte ich sagen, egal, ähm, wie ein Mensch zu mir ist oder zu mir war, ob er mich verletzt hat, enttäuscht hat oder nicht, wünsche ich diesen Menschen vom Herzen nur das Beste. Weißt du, ich bin ein Mensch, der sagt, der der Meinung ist, Hass ist etwas, Hass ist nie etwas Gutes, so. Und es gibt auf dieser Welt genug Hass, so, wie ich immer, wie ich immer sage, sehr viel Hass, aber, äh, auf der anderen Seite wenig Liebe oder nicht genug Liebe, sage ich mal so. So, und, äh, wir wissen ja bekanntlich, ähm, dass aus dieser Welt eine bessere Welt zu machen, dass es in unseren Händen liegt, in der Hand eines jeden Einzelnen, ja. Der Mensch ist ja oft der Meinung, dass er wenig bezwecken kann, dass es wenig in seiner Macht liegt, das ist immer so der falsche Denkansatz, finde ich, ja. Etwas zu ändern, ähm, liegt immer in der Hand eines jeden Einzelnen. Und Änderung für Änderung beginnt immer bei einem selbst, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Und, äh, manchmal sollten wir, äh, wir reden viel, wir Menschen, ja, wir neigen dazu, viel zu reden, ja, und auch schön zu reden oft vielleicht auch, aber, äh, wenn es um, äh, wir Menschen werden noch mehr an ihren Taten gemessen als ihren Worten, ja. So sollte es sein. Und, ja, wenn es aber um die Taten geht, dann, äh, gut, dann tun wir uns halt ein bisschen schwerer, sodass, was wir reden, was wir erzählen, die schönen Sätze immer in die Tat umzusetzen, das ist halt immer, äh, ja, das ist halt immer so die Frage, sag ich mal. Ob man das, was man erzählt, auch in die Tat umsetzt, so. Genau, und, ja, ähm, also, oder davon, wie ein Mensch zu mir war, ob er mich verletzt hat, enttäuscht hat oder nicht, ja, ähm, wünsche ich dieser Person nie was Schlechtes, wirklich. Weil, guck mal, ich bin kein Mensch, so, der dann, so der Meinung ist, ich muss es einer Person jetzt heimzahlen. All diese Person hat mich verletzt, enttäuscht, so, jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Zeit. Ähm, das finde ich nicht richtig, also aus meiner Sicht, ähm, weil ich der Meinung bin, dass im Leben alles zurückkommt, sowohl im positiven Sinne, als auch im negativen Sinne. Und, ähm, das dürfen wir nicht vergessen, ich weiß das, ich glaube daran, so, ja, früher oder später kriegt jeder Mensch, was er verdient, ja, im positiven oder halt im negativen Sinne. Je nachdem, was er halt, äh, im Leben getan hat, so, sag ich mal. Und, genau, und deswegen, ja, ähm, ich sag immer, ähm, Insanlück, ja, die Menschlichkeit soll bei uns bleiben. Insanlück bis der Karsten, so, weißt du, ja, ne, die Menschlichkeit soll bei uns bleiben, soll bei dir bleiben, ja, und, ähm, so halt, weißt du, weil, ähm, wie gesagt, das führt zu nichts, ja, dass wir halt, äh, immer so, dass wir halt, wenn wir diesen Gedanken haben, so, ich muss sich an einer Person rächen, ich muss jetzt das machen, ich muss sie jetzt auch verletzen, weil sie hat mich verletzt, so, das führt zu nichts, letzten Endes, so, weißt du. Und, das ist es halt, ähm, Menschen sind halt sehr egoistisch, das müssen wir akzeptieren, ja, äh, sie denken nur an sich selbst und, und dann bin ich auch davon, diese Welt, in der wir leben, ja, sie ist auf den Egoismus der Menschen aufgebaut, sag ich mal, ähm, ähm, um es auf Türkisch zu formulieren, da hört sich das ein bisschen besser an, finde ich, äh, äh, buddünya menfad üsere ne kurum uspidünya, ja, sie ist nach dem, äh, äh, sie ist halt nach dem Egoismus der Menschen, äh, aufgebaut, sag ich mal, und jeder Mensch guckt halt, ähm, welchen Nutzen er von einem anderen Menschen ziehen kann, dabei spielen die Gefühle des Menschen gegenüber oft für die meisten keine Rolle, so. Hauptsache, man hat etwas von diesen Menschen und wenn man der Meinung ist, okay, jetzt habe ich all meine Vorteile gezogen, jetzt habe ich meinen Nutzen gezogen, jetzt brauche ich diesen Menschen nicht mehr, dann ist man weg, ja, dann, ähm, ja, dann trittet man diesen Menschen sozusagen weg, sag ich mal, äh, ist natürlich nicht richtig, aber so ist die Welt heutzutage einfach. Das Einzige, was wir machen können, da ist nicht so zu handeln, so einfach, ja, ähm, genau, und, ähm, natürlich muss jeder Mensch erstmal an sich selbst denken und sollte natürlich auch an sich selbst denken, aber wir dürfen bei, ähm, all dem Gedanken an uns selbst, sag ich mal, dürfen wir nie vergessen, dass, äh, gegenüber von uns auch ein Mensch ist, der auch Gefühle hat, der vielleicht auch Erwartungen hat, der vielleicht auch Hoffnungen hat und so, und, aber viele Menschen, ja, gerade so in der Liebe geben keine, äh, keine Rücksicht auf dem Menschen gegenüber und das ist nicht richtig so, ja, ähm, das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch verlassen wird, wo man einen Menschen links liegen lässt und so, da macht man sich keine Gedanken darüber, äh, was fühlt dieser Mensch jetzt, ja, wie wird es ihm jetzt ergehen, ähm, was tut er jetzt, ja, äh, wie sehr wird es ihm schmerzen sozusagen, interessiert die meisten nicht und, ähm, deswegen, äh, deswegen ist es auch wichtig, sag ich dir ganz ehrlich, und, ähm, ähm, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person, die mir gesagt hat, ähm, dass man, ähm, dankbar sein sollte für die Erfahrungen, die man gemacht hat, ja, ähm, dankbar dafür sein sollte, dass man Mühe für den Menschen gegeben hat, so, weil man dadurch halt Erfahrungen gesammelt hat, ähm, ich sehe das ein bisschen anders, ich sage, äh, wenn du für einen Menschen so viel Zeit opferst, ja, ja, der es im Endeffekt gar nicht wert ist, dann lässt du Zeiten deines Lebens liegen, ja, und wie gesagt, ich sage es, habe es oft gesagt und kann es nur immer wieder sagen, Zeit, das Wertvollste, das Wichtigste, was wir haben, deswegen, äh, sehe ich es nicht als so richtig, dass du zum Beispiel für einen Menschen so viel Zeit opferst, ja, äh, so viel Zeit investierst, aber dieser Mensch ist früher oder später weg, er ist nicht mehr da, so, dann war all die Mühe, all die Zeit, die du investiert hast, war umsonst, ja, Zeit, die du hättest anderes investieren können, wo du an, was anderes hättest machen können, so, natürlich, ähm, so gerade die Liebe ist ja so etwas, man schwebt auf Wolke sieben, sage ich mal, Glücksgefühle und so, ähm, man blendet viele Sachen aus, ähm, will sie gar nicht sehen, ja, aber damit letztendlich, ähm, wird die Enttäuschung, die man dann am Ende kriegt, ja, wird dann nur noch größer, so, und, ähm, so ist das halt, ja, und generell, ähm, es sind viele Sachen heutzutage nicht für die Ewigkeit, ja, und wer kann garantieren, dass wir einem Menschen, dass ein Mensch, den wir heute kennenlernen, ähm, wo wir vielleicht auch ein gutes Gefühl haben, dass dieser Mensch, äh, für die Ewigkeit bei uns ist, so, ja, da gibt es keine Garantie, da gibt es nie eine hundertprozentige Garantie, ja, ähm, vielleicht die Familie ist für immer einen da, so, aber ansonsten gibt es, finde ich, keine hundertprozentige Garantie, dass ein Mensch für immer da sein wird, so, ähm, deswegen sage ich dir auch, ähm, schenke wertlosen Menschen, ja, kein Wert, indem du dich unter deinem eigenen Wert verkaufst, so, ja, und das ist einfach, weil für keine Menschen, äh, auf der Welt, würde ich behaupten, lohnt es sich, dass man sich selbst, ähm, Schaden zufügt, sage ich mal, dass man sich selbst kaputt macht, dass man, äh, seine Zeit vergeudet, wie gesagt, Zeit seines Lebens, äh, liegen lässt, sozusagen, ähm, und das ist schade, so, gerade im jungen Alter halt einfach, ja, die Jugend ist ja die Blüte des Lebens, äh, und genau, und es ist wichtig, dass man alles zu Zeiten macht, ja, zu Zeiten einfach, ähm, bestimmte Dinge, ich sag mal, in den Gang setzt, ja, damit man später davon, äh, profitiert im Alter auch, genau, und das ist halt einfach, und ich bin ein Mensch, so, ich hab sehr viel Zeit verschwendet damit, dass ich halt vielen Menschen einen Wert gegeben habe, so, gegenüber, ähm, ist natürlich schade, ne, aber natürlich kann man das auch, weiß man das auch in dem Moment nie so wirklich, ne, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, da kann man sagen, so, boah, hätte ich das nicht gemacht und so, und ach ja, war ja klar, und ich hätte es doch wissen müssen, aber ich kann natürlich auch verstehen, äh, dass das leichter gesagt ist, als, leichter gesagt ist, als getan, weil, ähm, wie gesagt, in dem Moment und in den Emotionen, ähm, die wir haben, sag ich mal, ist es immer schwer, auch, äh, das Ganze realistisch, äh, zu sehen, sag ich mal, ja, weil Liebe macht ja bekanntlich blind, so, ja, und da sieht man viele Dinge nicht, und da spreche ich auch aus Erfahrung, so, genau, ja, äh, oh, man, fast zwölf Minuten schon wieder dieses Video, sehr, sehr viel erzählt, ich hoffe, ähm, ich hatte so eine gerade Linie, ja, und du konntest verstehen, was ich dir mitteilen wollte, was ich sagen wollte, ähm, genau, äh, ja, weil, vielleicht habe ich so ein bisschen kreuz und quer geredet, das war eigentlich nicht meine Absicht, ja, äh, manchmal passiert es mir ja auch, dass ich mal den Faden verliere, ja, genau, aber das, äh, war natürlich nicht meine Absicht, ja, und so ist es halt einfach, also, wie gesagt, ähm, man sollte halt, äh, wirklich, ähm, nicht, äh, seine Zeit verschwenden damit, dass man wirklich, äh, gefühlt eine Ewigkeit hinter einer Person herrennt, ja, und, ähm, die Zeichen der Zeit immer früh genug erkennen, so, ähm, und das ist sehr, sehr schwer, das weiß ich, ja, und ich habe es auch nicht immer geschafft, oder ob ich es in Zukunft schaffe, das weiß ich auch nicht, ich meine, ich erzähle das jetzt hier so, ja, klar, aber wie gesagt, äh, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert, ne, eine Garantie gibt es für nichts, äh, ich kann da für mich auch nichts garantieren, muss ich dir ehrlich gestehen, und, äh, ja, und wie gesagt, Liebe macht ja bekanntlich blind, äh, das hat mich oft genug blind gemacht, so, also, die Liebe hat mich oft genug blind gemacht, kann auch sein, dass sie mich das in Zukunft wieder macht, mal schauen, was das Leben so für mich bereithält, ja, und, ähm, ja, ähm, egal, was passiert oder nicht passiert, Allah bin shikil, sag ich nur, ja, und so halt, ja, wie gesagt, ähm, das war es eigentlich auch schon von mir, äh, ich werde jetzt eine Runde, äh, laufen wahrscheinlich, ein bisschen spazieren, und dann, genau, am Abend, ein bisschen Sass, Musik, und so halt, und morgen dann wieder die Arbeit. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, ähm, wenn du von Anfang bis Ende geguckt hast, dann Respekt, ja, vielen lieben Dank, und tut mir leid, wenn ich das Video sehr in die Länge gezogen habe, ja, tut mir leid, wenn ich, äh, wenn ich was Sinnloses erzählt habe, das möchte ich wirklich nicht, ja, ich versuche schon, die Gedanken in meinem Kopf zu sortieren, ähm, nur ich habe manchmal so viele Gedanken, dass es schwer ist, das alles immer zu sortieren, ne, und das ist halt einfach, ja, und, äh, wie gesagt, Danke, danke fürs Zuschauen, vielen, vielen lieben Dank, und, ähm, wenn was ist, wenn du was hast, melde dich einfach, äh, über Instagram kannst du dich melden, barambayram62. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann du dieses Video auch immer schaust, wünsche dir, äh, für die kommende Woche eine schöne Woche, eine nicht ganz so anstrengende Woche, ja, eine gesunde Woche, eine glückliche Woche, und bei allem, was du tust und nicht tust, wünsche ich dir vom Herzen nur das Beste, und, ähm, bleib gesund und möge deine Familie auch gesund sein, bleib, inshallah, bleib vernünftig, vernünftig für dich selbst, bleib auf dem geraden Weg, und bleib, wenn es geht, musikalisch, alles, alles Liebe, vom Herzen, alles Gute, wünsche dir dein Baram. Ciao, ciao.